Mit dem Wave Sayonara zeige ich euch jetzt ein neues Leichtgewicht aus dem Hause Mizuno. Er ist einfach ein rassiger Laufschuh mit dem Ziel, flotte Zeiten zu erzielen. Das Dyna-Motion-Fit Obermaterial ist sehr leicht und passt sich an den Fuß an. Der Schuh ist sehr direkt, aber nicht zu extrem flach und stützt sich auf die bewährte Wave-Dämpfungstechnologie. Herzstück ist eine neue Zwischensohle, die bei gleichbleibendem Komfort und Langlebigkeit deutlich leichter ist. Die Außensohle basiert auf einem Carbon-Gummi-Gemisch und gibt gerade bei hohem Tempo viel Traktion. Überzeugt euch doch einfach selber vom neuen Leichtgewicht von Mizuno, dem Wave Sayonara. Ihr bekommt ihn in unseren Runners Point Filialen oder hier im Shop unter www.runnerspoint.com.